Wie gesagt, also ganz kurz noch zum Programm für heute. Es kommt jetzt von 17 bis 18 Uhr die Karin. Dann dürfen wir einen für mich sehr, sehr interessanten Menschen auf der Bühne begrüßen. Den Joe Kreisel, ich melde ihn jetzt mal schon vorab an. Dann um 19 Uhr kommt dann Hans Tolzin. Er wird über, wie hält man ein krankes Gesundheitssystem, auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und dann um 20 Uhr geht es dann eh schon mit dem Podium los, wo dann nochmal alle Referenten hier auf dem Podium für euch da sind, Fragen und Antworten stellen könnt. Das Ganze funktioniert dann auch online. Ihr könnt über www.okitalk live dabei sein und Fragen stellen. Und ja, wir warten jetzt auf die Karin Kneißel. Hat sie irgendjemand gesehen? Naja gut, dann müssen wir es halt so machen, dass ich euch derweil unterhalte. Für mich ist es ja sehr, sehr spannend, heute hier zu sein, weil es ist eigentlich die erste Moderation auf einem Medienfestival. Ich komme ja aus der Musikszene, deshalb fällt es mir nicht so schwer, euch mit Worthülsen vollzulabern, sage ich mal. Und meine Musik und meine Texte waren auch, oder sind nach wie vor sehr, sehr gesellschaftskritisch, sozialkritisch. Und gerade passend zum vorigen Thema, vielleicht ganz kurz, wenn ich darf, würde ich mir erlauben, euch kurz was vorzutragen. Einfach einen Text, der sehr gut hierher passt. Bis dann die Karin Kneißel bei uns auf der Bühne ist. Vielleicht, lieber Klaus, kannst du nochmal nachsehen. Dankeschön. Okay, dann toll wäre es natürlich. Wir können, wir machen, ich habe eine Idee. Da steht, da hinten sehe ich jemanden. Du kannst Gitarre spielen, ne? Hast ja heute schon, ne? Super. Also, dann begrüßt mit mir und ein großes Dankeschön Andreas. Er war heute schon Referent. Ein Applaus, er würde mich jetzt auf der Gitarre begleiten. Vielleicht Andreas. Wenn wir das mit der Technik hinbekommen, kriegen wir hin. Dann versuchen wir jetzt einfach mal was ganz, wir improvisieren jetzt einfach mal. Also er wird was spielen und ich werde versuchen, nicht allzu sinnloses Zeug von mir zu geben und das passend zu seinen Klängen von der Gitarre. Wie gesagt, wir versuchen das Ganze heute dann noch zusammen mit Joe oder mit dem Duo Do It, einen Jam zu starten. Okay, der Text ist schon ein bisschen älter. Es geht, ähm, ja, das kriegt der wahrscheinlich eh mit. Also es geht irgendwie so, der Wirtschaft geht es gut, es geht wieder bergauf. Nur zufriedene Gesichter, klar, mit dickerem Bauch. Rundum nur Aufschwung, fast nicht mehr zu ertragen. So berichtet, mit Musik und lichternen Farben. Klar, ich muss sagen, die Masse braucht das. Doch ich will die Welt erleben. Hey, das macht auch Spaß. Bewege ich mich doch oft noch in einem Schauglas mit Bewertung. Taugt nichts, taugt macht's. Ah, da kommt die Gitarre. Wunderbar, dann versuchen wir das Ganze mit einem Rugger Beat. Also ihr könnt gerne ein bisschen mitklatschen, das Gefühl, es gibt ein paar Drums hier. Okay. Blindenmarkt, die Wirtschaft geht es gut, es geht wieder bergauf. Nur zufriedene Gesichter, klar, mit dickerem Bauch. Rundum nur Aufschwung, fast nicht mehr zu ertragen. So berichtet, mit Musik und lichternen Farben. Klar, ich muss sagen, die Masse braucht das. Doch ich will die Welt erleben, ey, das macht auch Spaß. Bewege ich mich doch oft noch wie in einem Schauglas. Mit Bewertung taugt nichts. Doch was möchte euch erreichen, euch, ihr Menschen da draußen, die, die konsumieren und die sich darin zur Schau stellen, will euch nicht sagen, wie ihr zu denken habt, doch zu fühlen, was ihr tief in euch tragt. Frag dich, sag nichts, doch schau dich um. Hast du nicht das Gefühl, jemand hält dich für dumm? Falls nicht, hat's dich schon unter Drogen gestellt und den Kick bekommst du schick in deine Wohnzimmerwelt. Frag dich, sag nichts, doch schau dich um. Hast du nicht das Gefühl, jemand hält dich für dumm? Falls nicht, hat's dich schon unter Drogen gestellt und den Kick bekommst du schick in deine Wohnzimmerwelt. Wenn die Karin in fünf Minuten nicht da ist, dann müsst ihr einfach ein Referat von mir anhören. Wie wär das, wie sollen wir das so machen? Dann hätte ich gesagt, wir machen jetzt vielleicht fünf Minuten Pause, wir können noch ein bisschen Musik spielen. Oder, hast du noch was? Dann machen wir halt noch. Dann übernehmen wir hier einfach das Radio Okitalk Medienfestival, machen eine dicke Sause, das heißt, es gibt, ladet alle ein, also es gibt jetzt keine Referatum mehr, es gibt nur noch ein offenes Mic, eine offene Gitarre, jeder kann jam, jeder kann auf die Bühne kommen, alles ist erlaubt, alles geht. Ja, dann schauen wir mal. Was für ein Beat, was für ein Beat, bitte. Ja, das hätte wunderbar gepasst. Also vielleicht ein bisschen was Langsameres. Hast du, Spiel mal, hast du irgendwas Ragamäßiges? Oder der gelbe Mann, alter Joe, das versuchen wir heute noch aus. Okay, wir können es ja auch zumachen, ich gebe dir mal den Text an. Du kannst es mal kurz anhören und dann noch. Vielen Dank, ihr sogenannten wahren Freunde. Ich mein, die, die es waren, sie waren es bis heute. Ich gebe es zu, ich hab die Augen verschlossen, im Glauben genossen, in Traumwelten verflossen. Umso härter traf es mich, als ich dann erkannt hab, dass ihr Getabel und Getue für mein Leben kein Bestand hat. Und dann treff ich auf sie und sie grüßen mich. Doch ihr Böder neigt zu jedem Film, dass er mir zu Füßen liegt. Sie wissen es nicht, die Angst ist, wenn ich auf sie zugehe. Okay, dann frage ich über diesen Weg, tut es du nicht? Bestimmt glauben viele, dass dies ne Erbrechnung ist. Doch weil ich mir fehlt, es geht es bloß bis zum Erbrechen. Schlecht, wenn ich seh, wie sich jeder von euch berechnen lässt. Ja, ja, jetzt stellt ihr fest, dass keiner von euch mich mag. Nämlich wegen dem, was ich über euch zu sagen hab. Ich weiß, es tut gut, deshalb frage ich heute. Sind besten, halb, die wahren Freunde. Vielen Dank an euch, wie ihr da draußen seid. Vielen Dank nochmal. Und ich nutze tausend Zeit, seid stolz auf euch. Denn doch euer Blödes tun, verheft ihr mir zu meinem persönlichen Ruhm. Vielen Dank an euch, wie ihr da draußen seid. Vielen Dank nochmal. Und ich nutze tausend Zeit, seid stolz auf euch. Denn doch euer Blödes tun, verheft ihr mir zu meinem persönlichen Ruhm. Solo! Das sind die Blödes, die euch in eure Zeit verraten. Doch eure falsche Wahrheit ist euer Bestand zu klein geraten. Oh, es tut mir leid, das wollte ich nicht so sagen. Doch es ist nun mal die Antwort, eure folgenden Fragen. Es ist der Rhythmus, der zurück muss. Denn wer war das, selbst mit meiner Stimme, wird er zum Genick schüttet. Doch zum Glück sucht jeder Gewürkenschutz. Doch zu spät und wenn doch jeder so bemüht tut. Ihr kommt ein mit Musikbesetzen, Dankeschön. Und am liebsten würde ich euch treffen, um euch die Hand zu geben. Um euch zu fragen, wie ist es so am Rand zu leben. Doch was wirklich war und auf Ewigkeit Fakt ist, dass jeder von euch unter seinen Lügen nackt ist. Ich kann nur sagen, dass ich es ertragen kann, wenn ich den wahren Klang aus Text von B, die mir spür. Mich berührt, verführt und zu Neuem kürt. Ich berühre mich und führe es deutlich meinen Adel. Ich muss mich dann tausendmal fragen. Jawohl, okay, super. Dankeschön, echt cool. Ja, also die Kahn ist immer noch nicht hier. Tja, das sind so die, es fehlen die Techniker, es fehlen die Referenten. Hm, hat sonst jemand irgendwas Wichtiges zu sagen? Das erste Opidog Medienfestival von Klaus Glatzel. Veranstaltet in Rudolf Bämmer's Oldtimerfeind und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmark. pull, dann D so etwas emów YouTube auf. Passtens grundsätzlich mit miruz, mit Decern, die Faktы jumpen. Deschließend mit. graber ein Kanzel und spanier ein Bausher-Sch expres. Amis Wichtiges zu sagen, da noch nie. Sieden wir mal, treme dich mal. Wir sind jetzt in diesem Moment, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020